So, heute steht die zweite Bootstour an. Die ist in Cape Coral. Und wir schauen jetzt mal, was uns hier so erwartet und was vor allem euch erwartet. Also bleibt schön dran, guckt euch das ganze an und mal sehen wo es überall hingeht. Ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.